Was braucht man auf dem Bauerndorf, was braucht man auf dem Dorf? Ein Picker, der gut packt und ziemlich nicht zu klein macht. Ein Schuhhaus mit einem Lehrer drin, ein Doktor und eine Medizin. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Was braucht man auf dem Bauerndorf, was braucht man auf dem Dorf? Ein Knecht, der nicht bloß schwitzt, wann er beim Essen sitzt. Ein Katz, der recht fleißig maust, ein Dirnd, der was von gar nichts graust. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Was braucht man auf dem Bauerndorf, was braucht man auf dem Dorf? Ein Stier, der fleißig springt, ein Fahrer, der schön singt. Ein Harfen und ein Dudelsag, einen guten Rauch, einen Schnupf der Bock. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Was gibt's noch auf dem Bauerndorf, was gibt's noch auf dem Dorf? Kein Schuster und kein Becker, die kleinen Bauernverricker. In Stad von Leid zur Arbeit, neu auf die Nacht schalten sie den Fernseher. So ist es heute auf dem Bauerndorf, so ist es heute auf dem Dorf. Applaus Vielen Dank.